In diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie man möglichst schnell an Slimes kommt. Also ich erstelle dafür eine ganz neue Welt ein. Und zwar nenne ich mal Slime-Tutorial und da überleben. Das An-Standard-Außen-So-Lassen-Start-Welt und den Seed hier, den kriegt man ja sowieso ein Verbefehl. Man kann aber auch schon ein Seed eingeben, weil das Seed ist nämlich später wichtig, dass wir erstmal warten, wie der generiert wird. Das heißt, man muss an die Welt, also erstmal wird die Welt generiert, das wissen, wo man gespawnt wird. Lass uns mal hier aufbauen, das geht natürlich in der Aufnahme nicht so gut. So wird jetzt alles geklappt. Jetzt den Befehl Seed eingeben, das ist der Seed-Wert. Den gebe ich am besten jetzt direkt nochmal ein. 6, 8, minus 6, 8, minus 6, 3, 8, 8, 7, 4, 5, 9, 2, 7, 5, 9, 1, 6, 6, 3, 7. 2, 7, 7. 2, 7. 4, 7. Den Wert kopiere ich mal. Einen Seed-Wert. 3, 7. im internet minecraft slime finder in google eingeben und dann geht man hier die erste seite slime finder und dann den seed hier einfügen find slimes klicken da sieht man erstmal die gesamten chancen aber es kommt ja auch an wo man gespawnt ist hier jetzt die 48 und 260 hier die x-koordinaten ist 48 und die z-koordinate ist 260 also hierhin x-achse 68 z-achse ist 260 und dahin sitzt dieser punkt da bin ich jetzt und da sieht man hier diese grünen chancen 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 zu sein sparen ich will am besten mehrere zusammenhängende chancen hier oben zwei chancen drei chancen kann man da hingehen man kann natürlich mit dem heran scrollen sieht man die z-achse 64 und die x-achse 128 also z-achse 64 und x-achse 128 muss ich da jetzt hin das heißt in die richtung am besten natürlich erstmal holz mit haben also holz mitnehmen also erstmal muss man natürlich mitnehmen bevor man zu diesen koordinaten geht aber die schwierigkeit auf normal ist es gestellt jetzt geht's abweithaltung hier sind schafe das wäre besser für das let's play gewesen aber hat die leider nicht und vielleicht noch mehr kapitel als das play machen könnt ihr das ja jetzt kommentar gerne in die ideen schreiben jetzt erstmal den erfolg dreimal auf holz gekloppt ich mach mal zwei bäume mit dem holz ab da hat man genug holz für die slimes am besten auch die setzlinge mitnehmen also wenn man ohne tnt das machen will da braucht man natürlich die menseanzer spitzhacken und schaufel brauche ich und zwar eine spitzhacken und eine schaufel brauche ich spitzhacken und schaufel jetzt kann man zu den koordinaten gehen die ich hier nochmal hab und zwar hier 64 z 18 28 x 64 28 64 ich bin schon bei der z-achse zu weit gegangen und ich bin schon bei der z-achse zu weit hier wechselt hier wechselt nämlich der chunk hier wechselt der chunk ebenfalls hier ist der erste block des slime chunks ich muss mich dann merken weil ich auf eine schaufel und jetzt hier runter graben zum besten so mit zwei blöcken so nochmal steinspitzhacken machen und dann im notfall noch ein steinschwert ich krieg diese ganzen erfolge und da denn granit ist aber egal dass er kommt man braucht sich ja jetzt nur auf 440 runter zu graben eisen oh eisen ganz gut dass jetzt hier eisen kommt das werde ich natürlich direkt mitnehmen da kommt nichts mehr 1 440 also hier machen wir noch einen niedriger und ab hier muss ich jetzt weiter graben könnte ich mal die chunk außen umrisse graben leider habe ich nicht mehr aber kann ich jetzt mit leitern noch hochgraben oder hochbauern erstmal hier bin ich unten und jetzt hier die z-achse höher bis die z-achse höher bis 90 hochgraben aber ich werde erstmal noch fackeln machen dafür brauche ich jetzt kohle da habe ich ja leider keine aber kann ich hier genug leitern herstellen um hoch zu kommen hoffe ich mal gar nicht leitern um hoch zu kommen 0 9 halb zu liegen unter den leitern verbaut hier bin ich hingesetzt dann hast du gedacht sollte man es da hinsetzen auf einmal ein bisschen Granit ich weiß nicht wofür man es braucht dann hast du wieder auf die falsche Seite da ziehe die auch mal da haben wir jetzt mal einen schönen Slime vom Eingang und dann habt ihr auch Kohle heute Kohle übersehen gut dass ich hier hochgegangen bin weil ich hier Kohle habe aber ich möchte jetzt mal die Holzhacke aufbrauchen aber ich kann das mit der Steinspielhacke schneller abbauen ich glaube ich werde sonst immer mit 15 Minuten Teil machen so ein winziges Heizbären ne ich muss jetzt erstmal die Stelle markieren wo ich runtergegangen bin so dass wir ganz sinnvoll sind und jetzt erstmal anscheinend muss ich erstmal noch oh mein Schaf das ist mein Crafting Table ich habe kein Holz mehr aha ich habe kein Holz mehr weil sonst kann ich nämlich mir Eisen brennen unter Schaf und Bett weil hier so viele Schafe sind so ist hier ein Schwein 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 oder Kuh wäre mir lieber zurecht aber anstatt müssen wir erstmal nochmal ein bisschen Holz abfahren weil ich keinen Crafting Film mehr hatte ich habe mir wirklich ganz viele Leitern draus gemacht das ist mir das Eisenbrennen probiert im Holz es ist egal aus welchem Holz es kommt es ist schon Nacht geworden jetzt brauchen die ersten Zombies jetzt brauchen die ersten Zombies und jetzt brauchen wir erstmal einen Ofen Ofen ein Stück Kohle und wo ist das Eisenherz da da muss ich hier keinen Kuh bei einer Nähe das sind für Zombies für eine Skelette und jetzt am nächsten Morgen dann wieder hin wo ich dann zwei zwei Eisenbarren wo ich eine Schere machen kann und für den Schafen wo sind die denn da wo ich mir die Schafe scheren kann wo das bei Nacht irgendwie nicht so schön ist oder einem Monster begegnen oh das klingt ganz schön oh das klingt ganz schön weil dann diese Dinger kommen Monsterjäger soviel Erfolge auf einmal so wieder vom Stilett viele Mähscharfe oh Creeper hier hier los Zombie Armada sind sogar Zombie hier los hier los hier los hier los Tod hier los und Tod hm das ist schon ein guter Anfang hier ich habe noch nie mal geschafft ein Bett herzustellen wo muss ich denn hin also hier in die Richtung muss ich das ist jetzt mein hunger wieder voll ausweichen jetzt schwer sind gelette der von monstern verfolgt war da auch noch einer war ein creeper dass ein inner man weiß noch mal bin ich schon daran vorbeigegangen ich bin ja schon vorbeigegangen im ofen oder weiter noch in der richtung die koordinaten war noch mal hier 16 28 wieder aber da wird die selbke weggeheb die hand und selbke sind leider Das ist fast kein Leben mehr, ich glaub, die Tat werde ich erstmal beenden, den ersten. Bis zum nächsten Tag.